kann wahrscheinlich noch so eine behinderung hast oder sowas bestes intro herriger halte und herzlich kommen zu meinem motorvlog auf unserem kanal jetzt ist schon ein zwanzigste wir haben schon die 20 motorvlogs krass und das was du gerade jetzt gemacht hast das wird sicher definitiv eingeschnitten also ich sage euch ernst mit dem wird nicht langweilig und auf das video reise gleich am wheelie oder probier an zumindest eine kanten durch und durch eine kanten durch und durch der ach du scheiße der oben schaut nicht so freundlich ok ich glaube wir gehen da wieder ich sitze auf der da oben schaut nicht so freundlich halt das maul du kriegst nicht einmal Arnie, du kriegst nicht einmal einen Meter hin der hat sich schon wieder verpisst ich hoffe das hat man im video gesehen weil der hat ich glaube der hat gecheckt wir haben Kamera deswegen ist er jetzt wieder eingegangen weil er gesehen hat wie fühlen wir ihn wir haben Kamera wir haben Kamera so eine Pissnerken ich schwöre ja Mackie können wir eh fahren aber so ein Mackie Kiddie ich sag's euch aber beim Mackie lass mir die gopro oben ja pass kannst du die gopro alle auflassen für dein scheiß tik tok jetzt hab ich angeschaut dass der uns überfahrt ja weil der hat so ausgestellt wird er jetzt gleich Vollgas geben alter und ich hab den Ehren ich den Ehren Range Rover alter hab ich vorgelassen weil ich einfach Ehrenmann bin und einfach dass ein Drecksbike ist und meins einfach tausendmal besser ist gestern war in Dreibach äh und generell bei uns übelste Sturm und Regen und so deswegen haben wir das Moped stehen lassen müssen und haben das Kennzeichen gleich eingepackt und ich hab so Angst gehabt dass irgendwer ein Moped was macht alter ich ich glaub ich hab noch nie so viel Angst gehabt um ein Moped alter wie äh gestern oder wie heute also ja gestern heute halt und das ist die rich rich city alle die nicht wissen äh was das ist schaut euch das an das ist die rich rich äh company na warte wie sagt man das äh so ein reiches viertel na sagt man das wir machen jetzt einen quietscher weh weird flags bro weird flags Majaj hab den Hund nicht gesagt tut mal laaaad die ame Hund he hat den ist wieder offen Why ähm deswegen war am frei boh war das am freitagja den shoT einfach ist absolut fastes f*** boy alter ja das ding ist am freitag da waren wir da da wollten wir am motorblock machen wir ja im stream gemacht da sind eben ist eben die polizei am tennisplatz hingefahren weil da ein tennis gespielt haben und nicht hier vor oder war das sowas oder er war noch nicht frei ist es ab heute oder was weil irgendwie spielt jetzt jeder fahrt mit tennis digga so ok wer warum du du bist ein kreis na was ich sagen wollte ist wo wir fünf weg vorne sahen ich glaube zu fünft waren das oder sechser was ich nicht ähm nein es war zu fünft los was der gasler i und fabian und du und da alex ähm zuerst einmal ja und dann irgendwie keiner hat euch gekriegt also von der mutter an vordergrund sein kleiner der hat nur mich gekriegt schaut weil man meines jahr bissel wenn ich zum beispiel mit deiner vergleich ist meine bissel schwarer und so wie alex seite heute ab bissel brater und sowas das die vielleicht eher so ausschaut wie 125er oder so könnte man so vorstellen dass sie eher ausschaut weil die man beta schon aber was der beta ist ja so schmahl lassen sie mann hier doch einer ja sie ist aber für schwarer die als die beta unter breiter gebaut wie von wicht nach nah hat es vom richter mit niemanden schaut wuchtiger aus so meine das wasser sie mann ja eher 125er mäßig aus als ja schmala respekt solch von fabian das das ist ja richtig schmahl und du mehr du merkst halt ja hier warst du sie das sagen kann aber irgendwie kommt mir so vor weil irgendwie christbier am motorrad fahrer es hat hau die hoffe oder war das ja echt geil was warum weil du ja immer dieses scheiss kabel da da habe ich immer angst dass das abreißt bei der gopro das triggert irgendwie ja die haben 40 euro bestellung die haben 40 euro die hat das schon 40 euro und 50 cent warte hallo zwei cheeseburger ja zweimal mittlere cola sag du jetzt neuner nuggets bitte mit sour cream mit ketchup bitte ja mit dir draus und ähm und eine großen pommes ja das das war's dann das war's das war's 4 mit 12 f wie bitte mit 12 f ähm na haben wir nicht die stelle auch stimmt so ja das stimmt so 13 bis 14 bis am nächsten ja das wie bitte ähm Nein, habe ich leider nicht gelohnt. Hallo. Da haltest du das. Hör schon. So, essen wir jetzt mal Mäki und dann sehen wir später wieder. Oder 3, halber 3. Ja was, die Mama hat gemeint, die werden um 2 oder so da sein und dann um halber 3 oder 3 wieder fährt hier vorne. Deswegen, ja. Heinz! Hadefahr! Oh, oh, oh! Ich brich dir deinen Finger, wenn du es nochmal so machst. Aua! Bw. Vor allem, ich wollte dir in die Scheiße noch treten und du hast mich es reingeschuft. Alter, willst du was in die Scheiße getreten? Ja. Ich geh! Soll ich da mal aufgefahren probieren? Achso, ok. Hat aber schwer... Hat aber schwerer ausgeschaut, als es eigentlich hieß. Oh mein Gott! Oh! Hau jetzt am Blinker! Oh, Digga! Scheiße! Ihr müssen! Warte! Das ist... Das brauchst du alleine, Clips. Der schaut da richtig geil aus. Danke! Danke, Bruder! Das, was dir die Sui dagegen scheint, oder Schatz? Aber bei mir ist es nicht so dagegen scheint. Wenn es bei dir dagegen scheint, sieht man die. Ja. Ja. Das ist immer, wenn du bei der Sui eine schaust, sieht man die. Großeinkauf, oder was? Großeinkauf? Hä? Für mich! Danke! Für was habe ich das verdient? Wir müssen schauen, dass ich immer noch das andere holen. Für was habe ich das verdient, dass du mehr Cola zahlst? Äh, ja. Achso, ich wollte sagen, dass du bei mir nicht mehrmals getrunken hast. Irrenmann, danke! Ich hab das auch noch nie getrunken, deswegen. Red Grape. Können wir, ja. Warum meiner, hä? Für mich nicht. Hä, wieder 5 Euro für mich. Mäki. Mit meiner? Ja, 5 Euro für dich. Weil du hast die Mäki jetzt angezahlt. Achso. Achso, okay, dann zahlt das gleich zum Getränk dazu. Ja, weiß ich schon. Weil ich mir gerade gedacht, mir hat es gerade gewundert. Denk ich mir schon, hä? Weil das hat ja 7,20 Euro ausgemacht. Nein, nein, dann passt schon. Warte, wo ist denn jetzt? Wo ist mein Geld auch schon, hä? Leute, das war's mit dem Video. Gebt's an. Daumen hoch. Dann. See you next video. Ciao. Da war legendär.